Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Minecraft. Nach dem Spaß, den wir uns im letzten Part mit Schiffe versenken erlaubt haben, gibt es jetzt die 44. Episode Zoo bei Reefcraft01, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Hier kannst du, lieber dem Minecraft, meinen noch kleinen Zoo erkunden. In diesem findest du Redstone auch Comands. Außerdem ist, soweit ich das hier beurteilen kann, genau, ein YouTube-Kanal angegeben. Das findet ihr alles in der Videobeschreibung. Also, wenn ihr den, werten Herrn Reefwl01 aus kunden möchtet, dann könnt ihr natürlich da in die Videobeschreibung gucken. Oder ihr wollt einfach den Zoo haben, denn den Download findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. So, wichtig, zwei, überall fliegen ja Items herum. Warum denn das? Er hat nicht aufgeräumt, bevor er mir die Welt geschickt hat. Einmal off of the Minecraft. Noch nicht aufnehmen, erst die erste Kiste lesen, rechts. Lass es noch nicht aufnehmen. Wichtig, wichtig. Danke. Danke, wichtig. Also, diese nicht mit INS-Video packen. Sorry für meine Rechtschreibers. Diese nicht ins... Ja, ich... Leute, dann nicht ins Video. Habe ich nicht ins Video gepackt. Was hat er denn geschrieben? Ich habe es jetzt doch ins Video gepackt. Wäre mal nett, wenn du mal Zeit hast, dass du auf meinen Kanal gehst. Also, ihr könnt gerne auf seinen Kanal mal gehen. Und Entschuldigung, aber ihr wisst ja, wie ich die Einsendung mache. Ich gucke in die rein. Von Reefcraft. Das ist das Original. Das sind alles Kopien. Ich verstehe nicht, warum da so viele davon sind. Okay, schau mal. Folge Anfangs den Fackeln. Ach so. Kannst du mir mal noch erklären, wie ich Command dazu bringe, nichts zu schreiben? Wahrscheinlich meint er... Ja, ich weiß schon, was er meint. Also, wir sehen... Nicht nicht böse sein, lieber Reefcraft, aber ich glaube, dass du ein noch etwas jüngerer Minecraft-Spieler bist. Das heißt, dafür, wenn Commands was im Chat schreiben, gibt es Command-Slash-Game-Rule. Dann Command-Outblock-True. Und ich kann immer durch Tab den Befehl ergänzen. Und ich mache das jetzt auf False, also Falsch. Und jetzt steht da nichts mehr im Chat. Ich lasse es aber kurz auf True, weil ich sehen möchte, wo du die Command-Blöcke verwendet hast. Zwei Smaragde. Smaragde habe ich nicht, aber ich habe Smaragde. Und die packe ich mal hier in den Dropper rein. Und hat sich da gerade was geöffnet? Nein, weiß ich nicht. Hä? Irgendwie, wie bezahle ich die jetzt? Eintrittskarte? Ach, ich hätte eine Eintrittskarte bekommen sollen. Wo ist sie denn? Wo ist meine Eintrittskarte? Warum kriege ich meine Eintrittskarte nicht? Die Smaragde gehen dann hier in die Kiste rein. Okay. Und dann bekomme ich durch den Spender irgendwie eine Eintrittskarte. Vielleicht nochmal verbessern. Moment, da ist ein Emerald. Okay, ich habe keine Eintrittskarte bekommen. Egal. Ich cheate mich mal einfach hier durch. Hier wird auch irgendwo... Da ist eine Eintrittskarte. Eintrittskarte, so. Pass auf, ich habe jetzt 64 Eintrittskarten. Das macht es alles viel leichter. Eintrittskarte hier reinwerfen, habe ich getan. Und die Tür öffnet sich. Ich bekomme die Eintrittskarte auch wieder. Cool. Ist das nicht hier mein Key-Design, mein Door-Design? Cool. Freut mich, wenn du es nutzt. So. Sieht mal ganz nett aus, würde ich mal sagen. Selbstgebauter Glücksspieloautomat. Eins, Maragd, eine Runde. Dann, neue Runde, neues Glück. Würde ich mal sagen. Warum, warum? Block jetzt. Warum? Geht das zu, wenn ich etwas einwerfe? Oh, ich glaube, ich habe verloren. Na nochmal. Zack. Ich habe es mal reingeworfen. Das dauert, glaube ich, ein bisschen, bis ich hier nehme an. Alle drei Smaragder. Nur diese an. Wenn keine, verloren. Okay, dann habe ich wahrscheinlich verloren. Versuchen nochmal. Vorhin hat sich, glaube ich, da irgendwas bewegt. Und zack. Ich habe zwei Smaragder gewonnen, oder? Da. Hier kriege ich was. Okay, scheint zu funktionieren. Was? Wieso wurde ich rausgeteleportiert? Ah, egal. Naja. Da sind die Kommandblicke. Und ich glaube, das meintest du. Der steht ja im Chat teleportet. Hm, wenn du jetzt dieses Game Rule auf Falls setzt. Und dann mal hier hingehst. Willst du merken? Zack. Er steht nicht mehr im Chat. Wuhu. Win, win. So, was haben wir hier? Pferdeausleihstation. Eins-Markt. Mhm, mhm, mhm. Die Tür hat sich auch einen kleinen Moment geöffnet. Was haben wir hier? Technik. Technik gedönst. Interessiert mich nicht. Ah, was habe ich da gesagt? Äh. So. Was haben wir hier? Hier mache ich... Ah, ich bekomme... Ah, verstehe. Ich bekomme Spawn Horse. Und dann kann ich da unten quasi... Ah, verstehe. Genial. Kann ich das hier spawnen. Aber ein Denkfehler ist da drin. Leider. Denn mit dem Pferd komme ich da überhaupt... Boah. 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 Was? Ich kriege kein Pferd. Wieso kriege ich kein Pferd? Wieso kriege ich kein Pferd? Ist das... Ah. Warte mal kurz. Das wäre natürlich cool, wenn er das so gelöst hätte. Dass es ein Pferd nur dann gibt, wenn man bezahlt hat. Das wäre natürlich total genial. Das würde mich jetzt mega freuen. Ja. Das ist gut. Das ist tatsächlich gut. Also man bekommt ein Pferd nur dann, wenn man am Eingang bezahlt hat. Idiotensicher. Jetzt kriegst du ja kein Pferd mehr. Das Pferd kriegst du nämlich nur, wenn du bezahlt hast. Und dann kannst du nämlich das Pferd spawnen. Kommt man denn durch die Tür durch mit dem Pferd? Das weiß ich nämlich nicht, ob man da durchkommt. Ich befürchte nicht, ne? Ich bin noch nicht auf dem Pferd drauf. Ach. Das muss ich ja erst mal tamen, das Pferd. Ich habe das Gefühl, dass das Pferd nicht ganz will. Okay, ich komme nicht klar. Ich glaube, das müsste noch verbessert werden. Aber die Idee, dass man nur ein Pferd bekommt, wenn man bezahlt hat, das finde ich gut. Das ist auch technisch gut umgesetzt und richtig umgesetzt. Schön. Schön, schön, schön. Dann, was haben wir hier? Hier haben wir, Achtung, Eisbärenhaus. Ich sehe die Eisbären aber nicht. Wo sind die? Ach, da hinten haben sie sich versteckt. Oh, süß. Ich mag die Eisbären, Minecraft werden auch auf jeden Fall in den Freizeitpark-Zoo reinkommen. Was haben wir hier? Lava. Lohnhaus. Lohrenhaus. Lohn. Nicht Lohn, warte, wie heißen die Dinger nochmal? Blaze. Blaze. Ah Gott, ich weiß den deutschen Titel gar nicht. Und was haben wir hier? Hier haben wir Dunkelhaus, Dunkelkammer quasi. Ah, da will ich schnell wieder raus. Was haben wir hier Schönes? Der Stil, der Baustil gefällt mir. Aber es sieht ganz nett aus. Ist nicht schlecht. Dann bist du doch nicht so ein junger Minecraft-Spieler. Dann ziehe ich das doch wieder zurück, was ich vorhin gesagt habe. Weil so gut bauen jetzt auch nicht die jungen Minecraft-Spieler, sondern die schon etwas reiferen Minecraft-Spieler, die etwas länger Minecraft spielen. Doch. Bei dem Baustil. Nein, ich nehme alles wieder zurück. Entschuldigung, dass ich das vorhin gesagt habe. Nur Redstone halt. Jeder hat mal angefangen. Ist nicht schlimm. Dennoch habe ich ja gesehen, dass du hier einige gute Mechanismen genutzt hast. Zum Beispiel das hier. Hast du gut gemacht. Gib doch immer Lob von mir. So, was haben wir hier Schönes? Ah, oh, uh, oh, ah, ö. Das habe ich jetzt schon sofort verstanden, was das hier macht. Das schaltet zur Nacht ein Feuerwerk an. Und gleichzeitig. Ah, nicht ganz, sondern etwas, wenn es denn es dunkler wird. Ähm. Ich, 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 ich gehe jetzt immer mal. Time set add ist, äh, time set add ist ein bisschen dämlich. Time add 1000. Ich glaube, das macht mehr Sinn. So, und wir gehen jetzt einfach mal vorsichtig voran, bis sich diese Maschine aktiviert. Die aktiviert sich, glaube ich, nämlich nicht die ganze Nacht über. Sondern wenn ich das so richtig deute, was da gebaut worden ist, und das ist gut, aktiviert die sich. Oh, was soll das jetzt hier? Was sind Command-Blöcke? Nein. Ich, ich will die Feuerwerkmaschine sehen. Irgendein Command-Block hier verhindert das. Es gibt es noch nicht. Wo ist der Command-Block, der das verhindert? Ich will den Außenherz, ich will den töten, ich will den umbringen. Wo ist der Command-Block, der jetzt gerade die Nacht wieder zurückgemacht hat? Ach, egal. Gut, ich, ich starte die Maschine jetzt einfach mal so. Ähm. Indem ich die Fackeln wegmache. Und ich hier Strom drauf gebe. Ach, Moment, das ist ein, äh, verstehe. Wir haben Beacons, Moment. Äh, ich will mal sagen, jetzt habe ich, jetzt habe ich hier gerade Mist gemacht. Ich verstehe, ich weiß, was die Technik machen soll, aber irgendein Command-Block verhindert das gerade. Das ist natürlich eine ganz ungünstige Sache, wenn Command-Blöcke da irgendwas kaputt machen. Was soll das hier? Machen wir mal so. Machen wir so. Machen wir so. So. Ne. So. Und so. Und so. Und, äh, so. Und jetzt sollten wir theoretisch das sehen, was wir eigentlich wollen. Genau. Juhu. Genau das. Cool. Sieht auch gut aus. Schön. Feuerwerk und bunte Lichtstrahlen. Und ich kann es nicht nacht machen, ne. Command-Block verhindert das. Seht ihr genau. Der Command-Block resettet sofort den Tag. Mann, schade. Das war so cool, dieses Feuerwerk. Und mit einem Feuerwerk. Oder haben wir alles rausgefunden? Ich glaube, wir haben alles. Mit einem Feuerwerk kann ich mich dann verabschieden. Vielen Dank für's Zuschauen. Bis bald. Und ciao, Leute. Ciao. 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 Ciao.